Bald, Anne Frank, das Tagebuch, die Hentai-Adaption. Oh, nein. Manga-Magazin. Pentagon-Budget. Pentagon-Budget. Das ist jetzt dein neues Wort, ja? Absolut. Aber das heißt auch Pentagon. Pentagon-Budget, ach stimmt. Und siehst du, ich bin auch so im Tiefschlaf. Ich bin auch gerade frisch aufgestanden. Ich kann auch gar nicht nachdenken. Na, das ist ja zum Glück nicht nötig für uns hier im Brennpunkt-Internet. Und erst recht nicht für die Zuschauer. Die werden einfach berieselt. Die müssen sich gar nicht mit der Welt und mit dem Internet beschäftigen. Die können einfach sich zurücklehnen, die Woche genießen. Und dann erfahren sie von uns, ja, was ist denn so Relevantes die Woche passiert? Gibt es neue Memes? Gibt es neue Skandälchen? Gibt es einen neuen Krieg? All das werden wir euch heute brühwarm auftischen. Wie geil ist das denn? Wir sind Brennpunkt-Internet. Ein saftiges Aloha von... Der Datenautobahn. Ich dachte jetzt eigentlich, dass du deinen Namen sagst. Aber ja, die Datenautobahn, natürlich. Achso, ich bin Tino und ich fühle mich wie Jana aus Kassel. Ich bin Räuber und ich bin auch da. Sehr nice. Da haben wir gleich das erste Thema, was für mich sehr, sehr spannend war. Ich habe es so ein bisschen verfolgt. Und zwar Hashtag ich bin Jana aus... Nee, ich bin Sophie Scholl. Hashtag ich bin Sophie Scholl. Ich wollte es schon sagen. Ich glaube, ich bin ja völlig durcheinander. Es ist ja eine und dieselbe Person. Und Jana aus Kassel ist jetzt 100 Jahre alt geworden. Er wäre 100 Jahre alt geworden. Und demzufolge gibt es jetzt einen Instagram-Kanal. Der heißt, ich bin Sophie Scholl. Und da wird quasi ihr Leben nacherzählt. Aus der Instagram-Perspektive. Quasi die letzten 10 Monate ihres Lebens. Filmt sich die Sophie. Und zeigt auf Instagram quasi, was sie erlebt. Wie sie mit ihren Freunden diese Aktion plant. Als sie die Flugblätter verteilt haben. Wo sie aufgeklärt haben über die Verbrechen von Hitler und so weiter. Und so aus dieser Selfie-Perspektive. Und das hört dann irgendwie auf. Also sie sind ja dann vier Tage nach der Aktion hingerichtet worden. Das hört irgendwann auch irgendwie auf. Ich weiß auch nicht. Irgendwann sind sie einfach verschwunden. Sind in Urlaub gefahren oder so. Keiner weiß es. Aber vier Tage nach dieser Aktion sind sie quasi ohne Prozess geköpft worden. Und dann war es vorbei, komischerweise, mit ihrem Leben. Ja, es war ja jetzt auch Männertag. Warum gab es dann nicht einen Parodie-Account dazu? Ich bin sau wie Schulz. Ja, witzig, witzig. Könnte man machen. Ich muss sagen, also erstmal sollten wir erwähnen, dass dieses Instagram-Profil ultra erfolgreich ist. Ja. Wurde natürlich auch sehr durch Werbung gepusht, muss man sagen. Das hat jetzt bald eine Million Abonnenten, was echt krass viel ist, finde ich. Ich weiß nicht, ob da vielleicht so ein paar indische Bot-Farmen dabei sind. Ich meine, eine Million Leute in Deutschland folgen diesem Profil. Ich meine, ich kenne es ja auch so, aber... Also auf Instagram, weißt du, auf Facebook hätte ich das eher gesehen, dass dann auch halt eine Boomer-Zielgruppe erreichbar ist, weil die fehlt ja irgendwie auf Instagram großflächig, würde ich sagen. Oder hast du eine Mutter, die auf Instagram ist? Eher nicht. Einen Vater habe ich bei Instagram. Oh. Aber ich muss sagen, mich wundern diese Millionen nicht, weil ja Sophie Scholl schon eine Ikone ist, also eine große Figur im Widerstand der NSDAP. Und die Aktion ist ja auch sehr krass gepusht worden, wie du gesagt hast, in der Werbung, also im Fernsehen und in Online-Beiträgen. Und ich glaube schon, dass das diese Millionen echt sind. Klar gibt es immer die Gefahr, dass irgendjemand ein paar Follower kauft, aber das würde ich jetzt nicht vermuten. Und der Kanal hat nur einen Haken, und zwar einen blauen Haken. Ja, das stimmt. Ich sehe aber gerade, Tino, du folgst diesem Profil auch nicht. Nee. Mich interessiert es halt auch ehrlich gesagt so gar nicht. Deswegen kann ich wahrscheinlich diese halbe, diese fast Millionen nicht nachvollziehen. Und? Ich muss zu meiner Schande gestehen, Alter, als ich das das erste Mal mitgekriegt habe, so nur so, das war so eine Werbung auf Instagram, wischst du so weiter. Aber im Monkey Brain kommt es ja trotzdem an. Da habe ich gedacht, hä, wie geschmacklos ist das denn, Alter? Die letzten Tage von Anne Frank auf Social Media geteilt. Das ist ja komisch. Das war echt so, Sophie Scholl, Anne Frank, das war irgendwie so, weißt du, Frauen im Dritten Reich, da gab es nicht so viele. Da kann man mal durcheinander kommen. Ja, völlig verständlich. Also ich dachte, mein erster Gedanke war so ein bisschen, na ja, finde ich ein bisschen schwierig, das irgendwie zu transportieren. Und wir kamen auch zuerst dieser Profit-Gedanke. Aber um den geht es ja überhaupt nicht. Also das war ja, es ist ja ein kostenloser Instagram-Kanal. Und ich glaube, so Umsatz machen damit ist da jetzt eher zweitrangig bei der ganzen Aktion. Klar bleibt es halt irgendwie eine Kunstaktion und da werden auch Gelder geflossen sein. Aber ich finde, dass die Gelder dafür sinnvoll angelegt werden, weil das irgendwie auch den ganz jungen Leuten auf Instagram die Geschichte von Sophie Scholl halt nahelegt. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil ich es unfassbar schlimm finde, dass Menschen, immer mehr Menschen fordern, dass man die Geschichte vergessen sollte. Aber das ist ja Quatsch. Also wer vergisst, der läuft gefahr, sich zu wiederholen. Und deswegen finde ich halt diese Aktion, ich bin Jan aus Sophie Scholl, sehr, sehr gut. Und ja, das Ding ist, warte mal ab, Tino. Warte mal ab. Früher oder später macht dann diese Sophie Scholl bestimmt auch so Make-up-Tutorials aus, weiß ich nicht, aus Asche von Dresden oder so. Ja, und dann swipe ab, swipe ab, kauf mein Produkt jetzt. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn sie Beauty-Produkte verkauft, ist es ja okay. Aber sie wird eventuell nicht die Asche von Dresden nehmen, weil ich glaube, die ist schon vorher gestorben, bevor es diese Anschläge gab auf Deutschland. Aber ja, es kann schon sein, dass es ein bisschen seltsam wirkt, so im Vergleich zu den aktuellen Influencerinnen und Influencern. Aber wie gesagt, die Aktion transportiert es so ein bisschen in die heutige Zeit und zeigt den jungen Leuten auf eine Weise, die sie halt kennen, die ihnen vertraut ist, was passiert ist. Und das macht es für mich interessant. Und ich glaube auch, dass es im Geschichtsunterricht auf jeden Fall ein Teil sein sollte, mal so ein paar Ausschnitte davon zu zeigen. Ja. Meinst du, die macht demnächst Onlyfans? Oh. Das ist so ein ekliger Gedanke, aber ich glaube nicht, nein. Wobei, es gibt ja alles. Mein Gedanke war halt echt, Alter, hä, Anne Frank, Alter, die hat doch irgendwie was ... Erstens, wen interessiert das, wenn die da auf ihrem scheiß Dachstuhl hockt, Alter, und in der Instagram-Kamera labert. Und außerdem hat die ja auch sehr ihren Körper entdeckt in dieser Zeit. Egal. Ich will nicht dieses nächste Julia-Reda-Greta-Thunberg-Ding hier etablieren. Aber das gibt es ja wirklich zu allem, irgendwelche Pornoparodien. Und ich wette mit dir, es gibt doch irgendwelche Anne Frank ... Oder Sophie Scholl nicht, aber Anne Frank-Pornos, ganz bestimmt. Und das ist echt eklig. Sophie Scholl nicht. Da gibt es keine Porns. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die jetzt in der International-Geschichte so krass bekannt ist. Ach so. Ich denke, dass Anne Frank irgendwie mehr Leute auf der Welt erreicht hat, als Sophie Scholl es hat. Bald Anne Frank, das Tagebuch, die Hentai-Adaption. Oh, nein. Das will ich nicht. Wir haben halt hier im Vorgespräch noch so ganz kurz gesagt, oh, das ein oder andere Kneifzang-Thema gibt es heute. Da muss man aufpassen, was man sagt. Ich halte mich nicht zurück, Alter. Das musst du auch nicht. Lass mich ruhig die Stimme der Verlumpft sein. Kebapp. Ja, das Ding ist, man kann doch über Dinge Witze machen und trotzdem über die Tragweite Bescheid wissen, weißt du? Ja, es ist voll okay. So. Also. Es ist voll okay. No disrespect an Anne Frank. Das war jetzt eigentlich, wenn man es genau will, ist das ja eher ein Dick Richtung ... Dick. Also so eine Angrabung, nicht ein Penis. So eine Spitze, das ist das Wort. Eine Spitze, wo wir hier bei Germanien sind. Eine Spitze gegen Hentai, beziehungsweise die Rule 34, die ja besagt, if it exists, there's porn of it. Also die Internetwege. Gibt es auch einen Brennpunkt-Porno? Ich hätte vorher gerne so eine Art Fan-Fiction von uns beiden. Mhm. Ich mutere unsere Leserinnen und Leser auf, uns eine Fan-Fiction zu schreiben zwischen Robin und mir und vielleicht auch noch dritten Partnern, vielleicht ja auch mit Herodes oder Imp oder so, irgendeiner unserer Gäste. Saufi Schulz. Saufi Schulz. Und ich würde dafür, weil wir irgendwas verlosen an die Leute. Ich meine, wir stoßen ja auf die 120 zu langsam. Wir stoßen auch auf die Saufi Schulz zu. Ja, vielleicht auch. Und ich ... Habe ich irgendwas, was ich verlosen könnte hier? Eigentlich habe ich gar nichts zum Verlosen. Ja, wir können alte, alte Brennpunkt-Briefe, die wir ... Leserbriefe, die wir geschickt bekommen haben, die können wir verlosen. Ja, genau, sowas in der Art. Irgendwas Schönes. Für eine schöne Fan-Fiction. Nee, also ich gucke gerade jetzt, jetzt müssen wir noch mal Real Talk machen, ich gucke mir gerade die Instagram-Story an. Und auch wenn es mich nicht interessiert so, also ich bin dessen gewahr, ja. Also ich bin jetzt nicht übelst ignorant, was deutsche Geschichte angeht. Nicht, dass das so rüberkommt. Und es interessiert mich nur einfach nicht, ja, ich folge halt auch anderen Influencer-Influencer nicht, sondern Skatern und Leuten, die ich kenne. Den, wo ich kenne. Ja, ich hatte das Gespräch mit einer sehr guten Freundin gestern, die kurz zu Besuch war über Instagram und warum nutzt man das eigentlich? Wo auch so ein bisschen das Thema Sophie Scholl aufkam später am Abend. Und da habe ich auch gesagt, ich finde es eigentlich voll schade, dass man so ein bisschen in diese Regeln reinverfällt, auch ich, dass ich darauf achte, dass ich mehr Follower habe, als Leuten, denen ich folge. Und das ist irgendwie ziemlich traurig, aber es ist halt irgendwie eine ungeschriebene, weiß ich nicht, Influencer-Regel oder eine, weiß ich nicht, es ist einfach cool, mehr Follower zu haben, als Menschen, denen man folgt. Obwohl es ja Quatsch ist. Aber folgst du denn so vielen, Alter, ich habe da gar keinen Bock drauf, alleine oben die ganzen Storys angezeigt zu kriegen, die mich dann eigentlich nicht interessieren. Also bei Skatern zum Beispiel, wenn die dann irgendwas von ihrem Privatleben posten, Alter, fuck off. Ich wollte aber, sorry, bevor ich das vergesse, weil eigentlich fing der Satz so an, dass ich das zwar überhaupt nicht, dass mich das nicht interessiert, aber ich finde das Format an sich schon cool, muss ich sagen. Also, dass man Geschichte so irgendwie erlebbar macht, ein Stück weit, und halt die Illusion erschafft, finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das weltweit ein Pioniersakt hier gerade ist oder ob es das schon in irgendeiner Form gab. Ja, vielleicht von Bin Laden oder so. Wahrscheinlich, ja. Nee, gute Frage. Also ich habe das noch gar nicht gehört tatsächlich, dass es so eine Aktion gab von irgendeinem friedensstiftenden Menschen, der sich da irgendwie filmt. Keine Ahnung. Holy shit, Alter. Also die hat echt schöne Augen. Muss ich jetzt mal bemerken. Die Schauspielerin? Das ist wahrscheinlich auch die professionelle Beleuchtung da. Das ist eine Nachwuchsschauspielerin. Die ist noch relativ neu dabei. Gefällt mir auch vom Spiel her sehr gut. Ich bin auch gerade auf dem Profil. Ja, das gucke ich mir nicht an, egal. Gut. Und die folgt nur einer Person und zwar... Achso, der Schauspielerin. Attila! Attila! Nee, die folgt nur der Schauspielerin, wie es aussieht, oder? Sich selbst. Eva Stories, wer ist denn das? Nee, es ist nicht die Schauspielerin. Nee, das ist, glaube ich, diese eine Frank-Version. Ach, Eva Stories. Ah, based on a show story. Okay, das ist, das ist die... Hä? Warum heißt das? Eva Stories? Sind das irgendwie die letzten Tage von Eva Braun, oder was? Ich hoffe nicht. Sieht nicht so aus. Aber hier geht's irgendwie... Eva ist das irgendwie... Vielleicht ist das irgendwie die Anne Frank von Polen, oder sowas. Verstehe ich gerade nicht so richtig. Anne... Anne Frank. Warum heißt denn die Eva? Ist das irgendwie... Vielleicht ist das ja auch... Vielleicht ist sie fiktiv, aber halt eine von den 6 Millionen Juden. Also steht ja da in Memory of the 6 Million Jews. Also hier steht... Ich google gerade. Eva Schloss ist die Schwester von Anne Frank. Es ist also eventuell aus der Sicht der Schwester. Na, hier geht halt nicht so viel irgendwie. Aber es wurde auch gerade erst gestartet. Ähm, ja, dann sind wir gerade sehr ignorant gewesen. Also doch, weil Eva Schloss hab ich noch nie gehört. Aber seid ehrlich, liebe Zuhörer. Ihr auch nicht. Nee. Jetzt hier aber schon. Dafür ist der Brennpunkt da. Wie geil ist das denn? Sehr geil, wenn du mich fragst. Wo wir gerade so intensiv über Instagram sprechen. Noch eine kleine Sache am Rande. Denn Facebook plant ein Instagram für Kinder. Was? Ja, da gibt's auch jetzt eine... Eine... Na, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Petition ist. Aber ganz viele... Attorneys General. Also wie würde man in Deutschland sagen? In Germanistan. Ganz, ganz hohe Anwaltmänner. Wie sagt man denn? Das sind... Landesanwälte? Nee, Staatsanwalt eigentlich auch nicht. Nee. Also noch höher eigentlich, dachte ich. Egal. Die sagen auf jeden Fall... Ein Weltanwalt. Lass das mal sein. Und ich bin der Meinung, es gibt auch ein Instagram für Kinder schon. Und das ist Instagram. Ja. Denn hier sind genauso kleine Vensters unterwegs. Aber es gibt natürlich auch noch TikTok. Mir ist jetzt auch erst aufgefallen, alter, Instagram-Stories. Das sieht ja eins zu eins aus wie TikTok. Das ist alles so schlecht. Ich meine gut, Storys an sich war ja glaube ich Instagram. Nee, war nicht Instagram das erste. Nee, Storys war Snapchat. War auch von Snapchat. Ja, war auch nur geklaut. Instagram klaut links und rechts. Ja, diese Storys war anfangs bei Snapchat und wurde dann von Facebook, Instagram und auch WhatsApp dann irgendwie übernommen als das neue Werkzeug für Plattformen. Ja, also ich will nur ganz kurz anmerken, wie reudig ich das finde, wenn Plattformen für Kinder gemacht werden. Am Beispiel von YouTube Kids zumindest. Denn YouTube Kids ist ja genau das für die kleinen Kinder. Aber trotzdem muss das normale YouTube auch kindergerecht sein. Und das ist einfach nur dumm. Ja, die Tochter meines Bruders, meines älteren Bruders, nutzt auch gelegentlich dieses YouTube Kinder. Ich finde es auf der einen Seite irgendwie spannend, weil ja soziale Netzwerke und Streaming-Plattformen ja das Ding sind und die gehören inzwischen ja auch irgendwie zum normalen Leben dazu. Und je früher man mit so einem Umgang irgendwie anfängt, desto besser kann man sich damit auseinandersetzen und kann damit klug agieren. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch schwierig, Kinder schon so früh zu sozialisieren mit Bildschirmen und so weiter. Ja, also ich weiß nicht. So früh an den Bildschirm gesetzt, das fördert schön die Kurzsichtigkeit. Aber ist das so, nee, oder? Das ist, äh... Also ich habe da schon sehr viel drüber gehört. Das ist bis zu 25. Entwickelt sich dein Auge. Und wenn du da vorher halt immer so schön nah bist, warum sollte sich das Auge nicht drauf eichen? Ich kann es dir jetzt nicht genau wissenschaftlich dingsen, aber ich glaube irgendwie, das war so, dass nicht das Auge oder doch das Auge, dass das irgendwie immer weiter wächst bis 25 so. Und es wächst halt in eine bestimmte Richtung, wenn du hauptsächlich nur auf die Nähe guckst. Ja, also ich gebe zu, ich war ein Stubenhocker. Das klingt schon plausibel, was ich hier sage. Also ich war ein Stubenhocker und ich habe jetzt eine Brille, ja. Ich bin schon sehr früh, ich glaube mit 6, 7 Jahren zum Brillenträger geworden und hatte aber immer Abstand zum Fernseher. Das will ich betonen. Ich habe viel geguckt als Kind, weil ich nicht gerne draußen war. Meine Eltern mussten mich anfangen, echt zwingend rauszugehen. Aber ich hatte immer Abstand zum Fernseher und trotzdem bin ich Brillenträger. Ja, es geht ja auch mehr um Handy oder Tablet, wo du dann zwangsläufig halt irgendwie nah dran bist. Die habe ich erst bekommen. Außerdem schön immer das Tablet so vor dir schön immer den Smartphone-Nacken ausbilden. Stimmt. Schön gebuckelt durchs Leben gehst. Mein erstes Handy hatte ich mit 13, glaube ich, erst. Nee, also ich hatte da wirklich irgendwie, das ist ewig her, da hatte ich mal so eine Art TED-Talk gesehen. Also eigentlich nur einen Vortrag von irgendeinem Typen. Das war halt ein Deutscher oder Österreicher oder was auch immer, Hals, Maul. Und der hatte das mal ausführlich auseinandergenommen, aber es ist ewig her, von daher, keine Ahnung. Wird schon stimmen. Also liebe Leute, Bildschirme machen Augen kaputt. Immer, prinzipiell. Nee, ich glaube, der hat halt gesagt, so bis 25 wachsen die Augen oder irgend sowas. Und ich glaube, ein Leben lang wachsen die Ohren, habe ich mal gelesen. Die werden immer größer. Eklig. Damit unsere Hörer und Hörerinnen besonders gut Brennpunkte hören können. Das denke ich auch. Ja. Wir hatten ja mal eine ältere Zielgruppe vor einiger Zeit. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Dass uns diese ältere Zielgruppe verloren gegangen ist. Ich weiß auch nicht genau. An diesem Tag ist etwas in mir gestorben. Genauso wie eben jene Zuhörer tagtäglich. Weil die so alt sind. Gut. Wer auch schon sehr alt ist, das sind ABBA. Oh, du hast es drin, Alter. Ja klar habe ich das drin. Das hat mir Karacho-Kater geschickt. Ich als riesen ABBA-Fan habe gelesen, dass sie zurückkommen und aktuell im Studio sein sollen. Und ich bin auf der einen Seite voll gehypt und will wissen, wie sie heute klingen, was sie für Musik machen. Auf der anderen Seite... Ist dein Scheißkuchen auf. So klingen die heute. Ich hoffe. Nee, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie so ihre Legacy ein bisschen zerstören. Das ist ja bei so vielen künstlerischen Menschen so... Legacy höre ich immer bei Tinder-Dates. Hä? Was? Legacy, meine Scheide. Ach so, oh, okay. Alter, Agneta ist fucking 71. Da gibt es kein Legacy mehr, Alter. Bestimmt. Doch, komm. Von mir nicht. Sind die Zähne ja erstmal raus, hat die Zunge freies Spiel. Ich will jetzt hier keine Träume und Welten zerstören, aber mein Song Menopause-Frauen, der war nicht ganz ernst gemeint. Nein. Doch. Ich bin hier aber sehr enttäuscht. 71. Ja, also der wird auf jeden Fall beim Singen im Studio das Gebiss rausfliegen. Also es gibt so Sängerinnen und Sänger, die werden mit dem Alter immer besser. Ich finde zum Beispiel, dass Falco bei seinen späteren Aufnahmen noch geiler klang. Ja, gut, aber der war dann auch nicht so alt, ne? Nee, aber trotzdem so von 20 bis 40, er ist ja 40 geworden, finde ich, wurde seine Stimme immer nicer, irgendwie immer spannender. Auch bei Till Lindemann zum Beispiel, der ist jetzt auch schon Mitte 50. Auch der singt besser, finde ich, und hört sich besser an als anfangs. Und dann gibt es aber Menschen wie die Prinzen zum Beispiel, die ich ja auch sehr verfolge und denen ihre aktuellen Aufnahmen klingen richtig, richtig schlecht. Für mich zumindest. Aber machen die nicht fast nur so A Cappella-Zeug, so ein bisschen? Ja, genau. Die machen viel A Cappella, nicht nur, aber vor allem. Und die haben jetzt auch wieder neue Songs veröffentlicht und hatten auch Live-Aufnahmen gemacht von vor zwei, drei Jahren. Und da fand ich Klingen, die echt ziemlich so gepresst und nicht mehr so nice wie früher. Oh Gott, Alter, die Prinzen Echo Fresh und Motrip haben Millionär 2021 gemacht. Ja, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, aber ich fand's ganz okay. Aber auch da hörst du halt vom Prinzen-Front-Sänger, dem Blonden, ich weiß grad gar nicht, wie er heißt, wie schwach er, Farin, genau, Farin Urlaub, wie schwach der eigentlich singt in der neuen Aufnahme. Ja, so viel zu Agneta. Nee, also ich finde auch, aber hat echt richtig viele Banger-Songs tatsächlich. Ja. Ich sehe hier grad das Musikvideo von Die Prinzen, Dürfen darf man alles, die sind da, die regeln sich da auf, die machen so Car-Wash in sehr knapper Kleidung. Den Song hatten wir schon mal im Podcast erwähnt, wo ich gesagt habe, dass ich den Song ein bisschen schwierig finde. Ja, da muss ich mir den nochmal anhören. Also ich weiß nicht. Als ich den angehört hatte, da gab's nur so ein Lyric-Video und jetzt gibt's hier ein Musikvideo. Was mich auch daran erinnert, lass es mich sagen, bevor ich vergesse, die Ärzte haben auch einen neuen Song veröffentlicht, eine neue Single. Und ich finde, die sollten aufhören, so belanglose Videos zu machen. Dann lieber hier sowas, wo sie nackt rumlaufen und in so komischer Reizwäsche einen Car-Wash machen und nicht einfach einen One-Taker, ja gut, der liegt halt am Strand und fertig. Ja, also ich muss sagen, das Video davor mit Achtung Bielefeld, das fand ich ein bisschen langweilig. Das war auch schon wack. Wie Bela nur als Bestatter irgendwie in seinem Raum da rumläuft und so, fand ich ein bisschen langweilig. Aber dieses Ich am Strand, muss ich sagen, fand ich, da hat Farin eine schöne Präsenz gezeigt. Und weil es halt so ein One-Taker ist und Bela zwischendurch mit so einem Quad-Bike da rumfährt und Farin mit einem Ball abgeworfen wird. Ja, siehst du, da passiert so wenig, dass du dich freust, weil jemand mit einem Quad durchs Bild fährt. Ja, oder auch, dass das Licht ändert sich, dann wird es dunkel und du willst halt wissen, wie es weitergeht. Und am Ende, ich fand das Ende richtig stark, dass dann Bela Farin abholt mit diesem Quad-Bike, dann fahren sie zu einer Exit-Tür, machen die Tür auf, es kommt übelst der Leuchtstrahl so raus, dann siehst du gerade seine Silhouette und dann hörst du so im Hintergrund, wir wollen die Ärzte sehen, wir wollen die Ärzte sehen. Und sie machen sich so quasi für ihre Konzerte bereit. Und das fand ich ein richtig schönes Bild. Ja, das war ganz okay. Aber alleine, wer das Video nicht gehört hat, der hört jetzt, oh, der holt den mit dem Quad-Bike ab. Dazu muss man aber sagen, nein, der sitzt da halt rum, dann setzt er sich hinten auf das Quad drauf, macht Hoverhand bei Bela, also berührt ihn so ganz, ganz unangenehm fast gar nicht, als wäre es ihm irgendwie peinlich. Und dann fahren sie fünf Meter geradeaus. Das war's. Ja, es ist halt eine Studioaufnahme, es ist halt leider eine Studio, da können sie nicht so weit fahren. Gibt's für dich einen Grund, dieses Video nochmal zu sehen? Ich hab's nochmal gesehen gestern, also ich hab's mir erst angesehen, als es rauskam, frisch, zur Premiere quasi, und dann nochmal am nächsten Tag, um es nochmal auf mich wirken zu lassen. Und ich fand's eigentlich ganz schön. Schön, gut, dann gönnst du das. Es passiert wenig, du hast recht. Er singt halt dann mit geschlossenen Augen, so mit der Gitarre und so. Es ist ein bisschen vielleicht für Nicht-Ärzte-Fans vielleicht ein bisschen, hm, den Typen nur da singen. Aber da ich ja ein riesen Fan der Ärzte bin und ich einfach fahr ihn gerne an. Scheiße, die können ein Video mit Scheiße drin hochladen und dann wird's sagen, hm, oh ja. Das meint ich. Ja, es war besser als die Videos von, äh, war das Abschied. Das fand ich ein bisschen langweiliger, als sie nur diese drei Eier in der Pfanne hatten, was gebraten ist. Auch. Aber da verstehe ich tatsächlich eher noch den minimalistischen Ansatz, weißt du, weil es hat ja eine gewisse Aussage so, okay, hm, finde ich da irgendwie ein bisschen künstlerisch wertvoller. Aber finde ich auch nicht gut. Gut, ich sag weiterhin, die haben keinen Bock auf Erfolg, sonst würden die irgendwie was Spektakuläres machen. Ich fand auch morgens Pauken und True Romance, dass das in diesem Set da irgendwie gespielt hat, fand ich auch schon nicht geil. Haben wir auch schon drüber geredet. Wir wollen die Zuschauer aber auch nicht zu viel vollsülzen, nur weil wir beide gerne Ärzte hören. Ähm, das ist ja vielleicht nicht jeder. Deswegen, es gibt noch viele andere Themen. Aber du kannst noch was sagen, ich will dir nicht das Wort verbieten, ist okay? Ach nö, alles gut, also ich bin, äh, zufrieden mit dem Ärzte-Blog heute. Okay, gut. Ach doch, eins doch, vielleicht, äh, ähm, was privat dazu passt. Und zwar kam, äh, ich hab ja Ärzte-Karten bestellt, äh, für, für Erfurt. Und die haben uns Karten für Graz geschickt. Sind die bescheuert? Und ich dachte, was mach ich jetzt damit, ich will doch nicht nach Graz fahren. Und da kam irgendwie auch dann am Ende... Kein Mensch der Welt will nach Graz fahren. Kein Mensch will da hinfahren, ohne Spaß. Und da kam, äh, noch eine E-Mail am selben Tag, dass sie mir die falschen Karten geschickt haben. Und dass ich die einfach zerreißen soll. Was? Ja. Und die schicken mir jetzt neue. Und ich dachte mir erst so, hm, ich könnte jetzt ganz klug sein und die verkaufen. Ähm, aber dann stand doch irgendwie so im letzten Satz, dass sie eh jetzt ungültig sind. Weil die dann diesen Code quasi vernichten. Ja, das ist schon sehr, sehr schlüssig. Aber, dass sie halt sagen, zerreißen sie das, ist ja zumindest irgendwie... Also, das würde ich schon eher aufheben als irgendwie die Karte von der Oma. Kommt auf die Oma an. Nee, aber ja, ich, äh, wir haben die Karten aufgehoben. Machen wir auch. Nice. Gut. Schön. Das war doch eine angenehme Ergänzung für diesen Ärzte-Blog. Dankeschön. Wo wir gerade bei, äh, unnötigen Investitionen sind. Ah, ist das so dumm. Also, Jeff Bezos, ich habe es auch in der Oase bereits erwähnt, beziehungsweise verlinkt, gepostet, was auch immer. Jeff Bezos hat sich gedacht, äh, ich fühle mich irgendwie noch nicht so ganz glücklich, trotz meiner fucking Trillion Dollars. Ähm. Was könnte ich denn tun? Naja, ich werde einfach, oh, das muss ich umrechnen. 417 Foot, das werden so 130 Meter sein ungefähr. Warte, ich, jetzt gucke ich es nach und dann werden wir sehen, wie gut ich bin. 415 Foot Cream, alter, was? Die haben so eine dumme Maßeinheit, ey, ohne Spaß. Foot, foot in Meter. Das ist so willkürlich. 127, mh, 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 da war ich richtig gut. Mathe, Robin. So, auf jeden Fall eine 127 Meter lange Superjacht, die so riesig ist, dass sie ihre eigene Supportjacht hat. Ein Helipad ist auch drauf, alles, was das Herz begehrt, für schlappe 500 Millionen Dollar. Das sind doch Peanuts, das sind Peanuts. Das verdiene ich mal so nebenbei, äh, als Sozialarbeiter und als, äh, Podcaster. Alter, wie fucking lonely ist denn das, Mann? Aber was heißt denn Supportjacht? Na, wie so ein Rettungsboot, weißt du? Oh, meine große Yacht ist irgendwie grad nicht so geil. Da geh ich schnell auf die Kleine oder, oh, das Boot sinkt schnell auf meine Ersatzjacht. Also, ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen, warum Menschen, die reich sind, sich so einen Scheiß kaufen. Was willst du mit einer Yacht anfangen? Drei Master, Alter. Wäre damit die größte echte Segeljacht der Welt. Oh, mein. Ey, also, ohne Spaß, würde ich jeden, jeden Abend bei Dominos, äh, mir eine vegane Pizza bestellen. als Millionär. Ich würde mir, vielleicht, weißt du dich, ein kleines Kino in mein Haus bauen. Das macht er ja alles zusätzlich. Ja, gut, das stimmt. Aber eine Yacht, komm, also ich, ich brauche das nicht. Ich verspreche hier mit Hoch und Heilig, sollte ich jemals Multi, äh, Billiardärin werden, werde ich, äh, mir keine Yacht kaufen. Na, gib mich darauf fest heute. Das ist halt einfach so unnötig, Alter. Das ist so, ich weiß. Wo will denn der hinfahren? Wo will denn der hinfahren? Ohne Spaß. Ja, weißt du, und dann verbringt er vielleicht irgendwie, äh, zehn Tage im Jahr auf dem Ding. Das ist, ich weiß nicht, da, da ist doch, da ist doch irgendwas in ihm drin. Und wildes, wildes Hex-Partys. Weißt du, der braucht mal eine Umarmung. Der braucht mal eine echte Umarmung. Wie viele echte Umarmungen kriegt ein Mann, der so reich ist, ja? Von der Mutti vielleicht. Ach, nicht mal Mutti, die umarmt den und stiehlt ihm aus der Arschtasche einen Dollarschein. Ja, genau, ein Dollar. Ich kaufe mir jetzt ein Eis davon. Ja. Ja, also ich, das ist halt so fucking lustig. Ja, diese armenreichen Leute, ja. Es ist, es ist schlimm, diese ganzen Sex-Partys und es ist unaushaltbar. Ja, dieser fucking, also, es ist, gönnt, gönnt euch, ja. Ja, gerade Yachten, die sind ja auch einfach super geil fürs Klima. Mhm. Ähm, gönnt euch einfach. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, ich finde es sehr gut, dass ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich habe einfach, ich habe einfach für viele Dinge überhaupt keinen Bedarf und das fühlt sich sehr gut an. Aber zum Thema Klima, ähm, Tesla akzeptiert keine Bitcoins mehr, habe ich gerade eben noch gelesen, bevor wir angefangen haben, zu, äh, zu, aufzunehmen. Und ich dachte, was ist denn da los? Geht es um irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen? Aber nein. Ähm, Elon Musk. Ähm, hat, was steht hier? Einen hohen Stromverbrauch. Der hohe Stromverbrauch wäre das Problem. Das habe ich ja vor einigen Wochen schon mal angesprochen. Ja. Und er zieht es echt durch. So, das ist das Einzige. Also, ich dachte erst, okay, es ist vielleicht so ein Scheinargument, ja, die Umwelt, deswegen nehme ich keine Bitcoins mehr an. Aber eigentlich geht es nur um irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen. Aber tatsächlich möchte er, dass der Bitcoin oder Kryptowährung allgemein, äh, nachhaltiger wird. Und das ist ein Ding, das wusste ich gar nicht, dass es echt Menschen gibt, die den Bitcoin oder Kryptowährungen ablehnen, weil die ja aus fossilen Brennstoffen vor allem hergestellt werden. Also, der Strom, der da erzeugt wird. Ja. Das wird noch ein ganz, ganz spannendes Ding für die Zukunft sein. Wenn das wegfällt, müssen wir ja das alles weiter versorgen. Ja. Mit Elektro. Und daraufhin ist ja auch dann der Kurs gestürzt von Bitcoin. Also, was das so ausmacht, so eine kleine Entscheidung zu sagen, ich nehme nur noch, ich nehme kein Bitcoin mehr, das finde ich schon ziemlich, ziemlich heftig. Ja, da reicht ja manchmal auch einfach ein Tweet, dass da schon irgendwie Kurse beeinträchtigt werden. Bei Bitcoin vielleicht ein bisschen weniger. Das muss so krass sein, wenn du so ein Typ bist wie Elon Musk oder so oder Bill Gates oder auch Trump irgendwie, der mit irgendwie einem fucking Tweet irgendwie eine Weltkrise auslösen kann, ja, eine Wirtschaftskrise auslösen kann. Das ist so eine krasse Macht und so eine Verantwortung. Also, man kennt es ja von sich selber so als Publicker-Typ mit nicht mal, also ich habe ja nicht mal tausend Follower auf Instagram und trotzdem habe ich manchmal große Probleme damit, was ich halt poste, ob ich das so machen kann oder ob ich das nicht machen kann, weil ich so ein bisschen fürchte, dass es falsch aufgegriffen wird. Aber wenn du irgendwie fucking Millionen oder Milliarden von Menschen erreichst, das muss eine riesige Verantwortung sein. Ein falsches Wort, eine falsche Meinung und du richtest immensen Schaden an. Das vergisst man immer, wenn man irgendwie davon träumt, berühmt zu sein und Milliarden Follower zu haben. Milliarden Follower hat auch das Groß-Event im Nahen Osten diese Woche. Aber bevor ich da genau drauf eingehe, wollte ich noch sagen, weil wir gerade beim Klima waren, dass Biden die allererste US-amerikanische Windfarm genehmigt hat. Also, immerhin ein Millimeter-Step in die richtige Richtung. Der Joachim Biden. Genau der. Ne, wir hatten jetzt schon wieder ein paar Minuten kein Kneifzang-Thema, Tino. Es wird wieder Zeit. Israel und Palästina. Ja. Ja. Also, ich persönlich, ich kannte mal eine Tina. Echt? Ich kannte einen Israel. Ja? Ja. Israel-Schießbefehl. Ist ja auch ein Vorname. Ach ja, Robin, das ist so ein scheiß Thema alles. Dieser ganze Krieg und ein Ostkonflikt und so. Weißt du, weißt du, was das Hauptproblem ist? Dass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, du Jude, ja? Ja. Pass mal auf, was gerade, du hast es bei dir gerade gemerkt, was in dir gerade passiert ist. Ja. Weil das irgendwie gleich dann so ein geladenes Ding ist, obwohl, wenn man sagt, du Christ, ist das halt nichts, weißt du? Das hat irgendwie nicht dieses, man muss da so empfindlich sein, so, mh, ja, so, aber es ist, ah, es ist. Ja, ich finde Empfindlichkeit ist das falsche Wort. Ich glaube, dass einfach das Wort Christ noch nie so als Beleidigung verwendet worden ist. Also nicht in der, nicht so systematisch, wie es bei Jude ist. Ja. Weil Juden sind ja in der Geschichte schon so oft verfolgt worden und wurden so systematisch unterdrückt. Lass sie es jetzt auch machen. Ne, das nicht unbedingt, aber ich meine, so, dass man deswegen halt sagen kann, du Christ und es verletzt einfach keinen, wenn man dann sagen kann, ja, stimmt, aber wenn jemand sagt, so, du Jude, dann konjunktiert man das halt schon mit der Bedeutung, du bist nichts wert, weil das halt lange Zeit so, so, so galt irgendwie als, als Beleidigung. Das sagst du dir. Das sage ich jetzt. Ich finde, Jude sein ist nichts Schlimmes und als Recht keine Beleidigung. Ist es auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben sehr wenige jüdische Menschen kennengelernt. So, so, also ich kann mich an einen gerade erinnern, der, der Autor ist, den ich mal getroffen habe, auf einem Geburtstag, der ganz spannend war. Aber sonst habe ich echt noch nie in meinem Leben irgendwie jüdische Menschen wirklich kennengelernt. Vielleicht mal so kurz gesehen oder, aber weiß nicht, also ich habe selten welche kennengelernt. Toll. Wie sieht es denn bei dir aus? Scheiß Adolf, Alter, weißt du? Wegen seinem Lebenswerk darfst du jetzt keine Juden kennenlernen. Ja, ist ja vielleicht fast so. Ja, also ich glaube schon, dass es hier in einer Umgebung, also das theoretisch möglich wäre, mal einen zu treffen. Und vielleicht erkennt man die auch einfach nicht so, wie man das vielleicht klischeehaft denkt. Aber ich meine, alleine in meinem Studium war es ja auch so, dass wir, dass wir uns sehr gut kennengelernt haben. Wir haben ja so viele Teambildende Maßnahmen gemacht und so weiter und haben irgendwelche Ausflüge gemacht. Und da gab es halt so eine Handvoll Muslime und es gaben einige Katholiken und so weiter und es gab einige Nichtgläubige wie mich zum Beispiel. Aber wir hatten im Jahrgang nicht eine Person, die jüdischen Glaubens war. Nur als Beispiel. Ja. Also, Tito. Aber das ist ja nicht das Thema. Es geht ja gerade so um diesen Ostkonflikt, Gaza-Streifenkrieg und so weiter. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, deine Meinung zu haben, weil das so ein Thema ist, mit dem ich mich aktiv noch nie wirklich befasst habe, außer mir Videos anzusehen von MrWissen to go oder so, um so einigermaßen ins Bild zu kommen. Oder ich habe mal ein Interview gesehen von Serdar Sumuncu, wo er sich da ein bisschen geäußert hatte. Aber ich habe davon echt überhaupt keinen Plan und ich glaube, dass es auch fast egal ist, was du sagst zu dem Thema. Irgendwer fühlt sich angekündigt. Es ist absolut egal, was wir jetzt hier zu diesem Thema sagen. Es wird es weder besser noch schlechter machen. Deswegen haben wir da schon auch eine gewisse Freiheit. Du musst dir da jetzt nicht ganz so, weißt du? Nein. Oder da sitzt dann so ein Gaza-Streifen-Mensch da und sagt, oh Moment, der Brennpunkt hat gesagt, wir machen ja gerade dumme Sachen, dass wir uns gegenseitig gerade mit Raketen beschießen, weil liebe Leute, die gerade gar nicht wissen, was los ist, vielleicht einfach mal so ein kleines Update, dass das gerade wieder so ein bisschen eskaliert. Die Geschichte dazu können wir vielleicht gleich ein ganz klein wenig auftrollen, laienhaft. Auf jeden Fall hören die dann Brennpunkt und sagen, okay, wenn der Tino sagt, das ist blöd, dass wir uns töten, dann Frieden, Handshake? Da fliegen die nächsten Raketen zu mir in die Wohnung. Ja. Ja, also um das ganz kurz aufzurollen, so wie ich das verstanden habe, das ist ein sehr langer Konflikt, der da am passieren ist. Denn da gibt es die, wie gesagt, die Palästinenser und die Juden, die aber beide, die haben ja beide quasi ihre heilige Städte und es gab in der Vergangenheit ein Event, also weil, wie war das, weil irgendwie England das entschieden hat, dass die jetzt dahin dürfen, beziehungsweise die United Nations hatten das ja damals bestimmt, dass die dahin setteln dürfen, weil ja, Judenverfolgung gab es ja dann auch noch und das soll nicht mehr passieren und so, die brauchen einfach ein Safe Haven sozusagen und dann sind die dahin, aber da haben halt schon Leute gelebt und dann sind die halt teilweise aus ihren Wohnungen, von ihren Grundstöcken vertrieben worden und so und so ist es halt, dass man beide Seiten so ein bisschen versteht. Den kann aber beide Seiten auch so ein bisschen dumm sind. Generell, wenn Gewalt im Spiel ist, kann man von Dummheit reden. Ja, das ist so ein bisschen das Schwierige an dem Ganzen. Man kann natürlich immer sagen, Gewalt ist schlecht und so und egal, wer da feuert, der ist scheiße. Man muss aber auch so ein bisschen verstehen, dass der Konflikt sich so krass verhärtet hat und man auch einfach nicht zu Gesprächen kommt, dass der Frust sich so krass aufbaut, dass sich die einen vertrieben fühlen und die anderen fühlen sich auch vertrieben und dann wird halt irgendwie mit Gewalt geantragt. Warum treiben sie es nicht gemeinsam? Zum Beispiel, ja, oder bei einer Party Schach ausklügeln, wäre auch schön. Und ja, ich weiß nicht, also ich kann, meine einzige Meinung dazu ist, dass man einfach keinen Krieg führen sollte und man kann das doch irgendwie, ich weiß nicht, warum sie es nicht schaffen, miteinander zu reden. Es kann sein, dass es Versuche gab, die gab es bestimmt, reihenweise, aber sie sind immer gescheitert, weil sie nicht auf einen Nenner kommen. Ich weiß nur so von irgendwelchen beiläufigen Diskussionen, dass es wohl verschiedene Lösungsansätze bereits gab und Vorschläge, aber immer irgendwer so ein bisschen mehr zurückstecken musste und deswegen man keinen Kompromiss finden konnte und sich halt deswegen zwischen Waffen ruhen, dann doch mal wieder richtig krass bekriegen und beschießen und sinnlos Menschen sterben. Also ich glaube ja eigentlich, wollten die jetzt einfach nur Silvester nachholen, weil Silvester durch Corona einfach so ein bisschen Larifari war, haben sie gedacht, na gut, dann lass mal jetzt ein paar Raketen steigen, dann ist geil. Ja, auch das ist gut möglich. Es gab sehr virale Videos über das Abwehrsystem, was dann die Raketen aus dem Himmel geschossen hat. Ja genau, die haben halt so eine Art Abwehrsystem und können damit so einige, nicht alle, aber einige Raketen auch abfangen und so konnten halt auf Seiten der Israelis wohl relativ wenige Tote mussten da vermeldet werden, weil die wenigstens so einen Schutz haben. Ja, aber überhaupt Tote, Alter. Es sind halt echt schon wieder viele gestorben. Parallel dazu gab es in den Vereinigten Staaten auch eine Debatte, wie das ist, weil Israel ist ja ein großer Verbündeter. Und da hieß es dann, dass der Support an Israel an keine Bedingungen geknüpft werden soll. Das heißt, die können halt machen, was sie wollen, die können da, also das ist jetzt nur theoretisch, aber die können da einfach palästinensische Kinder irgendwie köpfen oder so. Ist okay, kriegen weiter unseren Support. Und das ist halt alles irgendwie ein bisschen dumm. Und das wurde halt während, da gerade Zivilisten und auch Kinder gestorben sind an Raketeneinschlägen, wurde das beschlossen. So, das ist halt alles ein bisschen degeneriert. Ja, weil es halt so heikel ist, wirken eigentlich fast alle Entscheidungen, die dahingehend gefällt werden von außenstehenden Staaten so ein bisschen stümperhaft und komisch. Und auch in meiner Freundesliste auf Facebook und Instagram gibt es verschiedene Menschen, die sich da irgendwie positionieren und die einen sagen, ja, pro-Palästina und die einen machen irgendwie pro-Israel und so. Und ich weiß noch mal nicht, was ich sagen soll. Und ich bin auch von Leuten gefragt worden, wie ich dazu stehe. Da habe ich mich bisher immer so ein bisschen rausgehalten. Nee, Tito, jetzt musst du hier, wie ein Hooligan, du musst jetzt dein Team wählen. Los. Äh, mein Mikrofon ist gerade, ich kann gerade nichts sagen. Das ist, äh, ich habe so einen Shitstorm-Filter aktiviert, dass ich nichts aussprechen kann, was mir Ärger bereitet. Hm. Toll, Tino. Hast du ganz toll gemacht. Voll doof. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich finde die Thematik sehr schwierig. Es ist sehr, sehr dünnes Eis. Ähm, und da ich nicht genug im Thema drinstecke, will ich mich noch gar nicht groß äußern. Man kann so ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist, sodass es wieder Angriffe gab und so und welche Seiten es gibt. Aber ich fühle mich nicht in der Lage, mich da irgendwie in einer Partei anzuschließen. Und selbst das kann mir ja als, als eine Wertung ausgelegt werden. Also selbst das kann jetzt bedeuten, ich wäre Antisemit oder so, weil ich bin nicht auf die israelische Seite stelle. Aber so ist es ja nicht. Ich habe auch ganz furchtbare Memes gesehen. Das ist doch scheißegal, was die für eine Religion haben, Alter. Wenn die Scheiße bauen, dann sind die halt scheiße. Das ist doch völlig egal. Das ist mir doch Ritze, ob das Christen, Moslems, Juden oder sonst irgendwas sind. Das sind halt einfach Bastarde. Teilweise nicht natürlich alle, ne. Ja, aber wenn ich hier auch sehe, da wurden halt zum Beispiel von israelischen Soldaten Videos gepostet in einer fucking Instagram-Story, wo, ähm, äh, äh, wie sagt man, Alter, halt Palästina, äh, Palästinenser, die, ähm, die Augen verbunden haben, Mann. So, und dann heißt es halt so, okay, willst du zwei für 100 oder drei für 75? Also, als wären die quasi zum Verkauf angeboten. Und dann ist mir das scheißegal irgendwie, ob da ein Konflikt im Hintergrund steht oder so. Diese Situation, ohne das alles, ist halt einfach asozial. So, du kannst ja gerne einen Konflikt mit anderen Menschen haben, aber wenn du halt sowas machst, dann bist du scheiße. Und es ist völlig egal, was für einer Religion du angehörst. Ja, so kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Du siehst ja auch genau so. Mir ist es da eigentlich fast egal, was da für Hintergründe sind. Aber wenn da irgendwie geschossen wird und es ist immer scheiße. Es ist immer scheiße, wenn Menschen sich bekriegen und da ist es egal, wer dahinter steht. Ja, für mich macht es das eigentlich noch schlimmer so, dass dieser Staat da irgendwie hingepflanzt wurde, um eigentlich, also als Reaktion auf so eine, so eine abartige Entmenschlichung, sag ich mal, und diese Gewalt. Und dass gerade diese Leute mit dieser Geschichte halt jetzt Ähnliches machen, wie gesagt, nicht alle, nur weil da jetzt ein Soldat das gemacht hat, heißt das nicht, dass die alle so sind, bla bla. Aber gerade in dem Kontext ist es halt irgendwie besonders dumm. Ja, ganz schwierig. Das stimmt. Beide Seiten, beide Seiten sind dumm. Es gab natürlich von den anderen genauso Angriffe, ja. Muss man immer erwähnen. Ist okay. Ich will mich ja gar nicht auf eine Seite stellen. Das war jetzt ja auch in deine Richtung einfach nur mal ein kleines Provokanteschen. Aber es ist trotzdem dumm. Es ist einfach dumm. Wer auch dumm ist, ich will es zumindest ganz kurz ansprechen, um mal wieder auf ein Pipi-Kacka-Thema zu kommen, mehr oder weniger. Yes. Und ich will jetzt nicht wieder in eine Debatte ausufern, ich will jetzt einfach nur mal anmerken, was passiert ist. Und zwar hat sich jetzt der HP Baxter geäußert. Der große Sprachwissenschaftler, Literat Hans-Peter Baxter von Scooter hat sinngemäß gesagt, also es ist eigentlich ein Zitat, Gendersprache ist für mich Idiotensprache und hat sich gegen den Gendersternen und jegliche andere Gender-Möglichkeiten ausgesprochen. Und er wird dafür gerade rein... Auch gegen andere Sterne? Kommt auf die Sterne an. Okay. Und hat sich ausgesprochen und wird jetzt quasi durch den Kakao gezogen von allen möglichen Seiten, weil er gerade eher mit Texten wie Hyper Hyper, How Much Is The Fish und Döp 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 ja nicht gerade dazu beigetragen hat, dass die deutsche Sprache irgendwie, weiß nicht, aufrechterhalten wird oder irgendwie gefördert wird und er irgendwie am wenigsten eine Meinung äußern sollte zum Thema, was jetzt eine angemessene Sprache ist und was nicht. Das ist aber Kunst, Tino, das ist ein Unterschied. Ja, von mir aus soll es ja Kunst sein, aber gerade Kunst regt ja auch dazu bei, dass man irgendwie eine Sprache prägt und entwickelt. Ich fand es bei Impfsein im aktuellen Video ziemlich spannend zum Thema Gender, als er auch meinte, dass sich Sprache ja schon immer verändert hat. Ja, also auch so von Kleist und Winzernich alles gab. Die haben ja auch noch vor hunderten Jahren anders geschrieben oder gesprochen, als wir jetzt sprechen. Und da gab es damals auch dann Leute, die sich dagegen gewehrt haben, gegen irgendwelche Sprachveränderungen. Und heute ist es halt so ein großes Thema. Nur weil es halt jetzt ein bisschen aktiver vorangeht, gibt es halt so diese ganz krassen, weiß nicht, Gegenargumente und Menschen, die sich da aufbäumen dagegen. Und meine persönliche Meinung ist halt, dass so Menschen wie H.P. Baxter in der nahen oder auch in der fernen Zukunft so ein bisschen als Menschen dargestellt werden, die einfach den Fortschritt verpeilt haben. Maybe. Ich sehe dennoch einen Unterschied, ob sich etwas organisch ergibt, wie zum Beispiel das Wort googeln. Oder ob es eine Gruppe gibt von Leuten, die sagt, das muss jetzt so sein und die anderen sagen, hm, okay. Das sehe ich halt nicht ganz so. Ich habe ja auch nach unserer großen Debatte hier im Podcast vor zwei, drei Wochen auch einige Nachrichten bekommen, auch von so betroffenen Menschen, die halt auch trans sind und so weiter. Und die meinten eben auch, dass sie eben keinen Unterschied sehen zwischen der organischen Entwicklung oder ob es etwas aktiv herbeigeführt wird, falls halt einfach für viele einfach besser oder angenehmer ist. Und ich wollte ganz gerne wissen, wie denn die Debatte lief bei deinem Twitch-Livestream. Da hast du mich ja angefragt, ganz transparent, ob ich dabei sein möchte bei dem Talk, wo es so ein bisschen auch um Gendern gehen soll. Und ich dann aber gesagt habe, wenn da schon eine Person ist, die betroffen ist und die sich besser auskennt als ich, braucht er nicht noch so einen Schmierenschauspieler wie ich da seine Meinung dazu geben. Wie ist denn das abgelaufen? Ja, also erstens war dieser Stream ja für mich erst mal ein größerer Schlusspunkt bei diesem ganzen Thema. Okay. Weil ich da so wirklich ausführlich nochmal drüber gequatscht habe. Diese Transperson war jetzt auch nicht unbedingt ein begeisterter Fan von der ganzen Gender-Thematik, weil es gab auch im Chat viele, die gesagt haben, Gender im Sinne von soziale Rolle oder so ist eigentlich unnötig, weil was bringt es denn, außer wieder in irgendwelche Kasten einzuteilen, fand ich eigentlich ganz, ganz verständlich so. Und ansonsten ist das halt voll deine eigene Sache, was du halt so machst oder was du bist oder wie du dich fühlst, whatever. Und ja, dann gab es halt ein Raid und da sind dann in dieses Thema sehr viele Leute reingeplatzt, erst mal mit einem Scam-Train und dann gab es einen harten Cut wieder plötzlich zu seriös reden und so. Und das war relativ wild, weil wir haben uns dann von Thema zu Thema gehangelt. Dann ging es halt um rechts, links wieder und dann gab es halt durch den Raid ein paar Leute, die dann halt gesagt haben, wieso ist rechts schlecht und so. Und dann ist halt diese Diskussion gleich eskaliert so ein bisschen. Ja, also ich habe dann den Chat ein bisschen ignoriert. Das mache ich ja sowieso immer. Nein, mache ich natürlich nicht. Kommt gerne bei mir mal, wer twitcht vorbei. Das ist immer ein ganz großer Spaß. Jeden Montag 20 Uhr, jeden Mittwoch 20 Uhr. Ja, also es war an sich ganz geil. Auch, also wir hatten dann so drei verschiedene Meinungen und weil da kam dann noch Freizeitguru, der sich auch damit beschäftigt und ich sage mal, eher besonders vorsichtig ist oder rücksichtsvoll oder was auch immer und ich eher so nicht. Und Sarah war dann so, denke ich, eher in der Mitte. Und ja, es war interessant. Okay, ich hätte es gerne gesehen, aber ich war ein bisschen zeitlich verhindert und konnte nicht dabei sein und auch nicht zuschauen. Aber schön, dass es bei dir auch Platz findet, das Thema. Auch wenn es vielleicht nicht ganz, vielleicht in dem Maße ausging, wahrscheinlich wie ich es mir wünschen würde, weil ich ja auch eher zu der Fraktion vorsichtig bin und Rücksichtnahme auf Menschen, denen das Thema wichtig ist, gendern und so weiter. Aber ich finde, in der Debatte irgendwie ist wichtig darüber. Und das Ende, also die Konklusion kann ja auch offen sein. Ja, wir haben noch ein paar Themen, sehe ich gerade, aber nur noch zehn Minuten, holy shit. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Äh, cool. Was nicht so schnell geht, wie man dachte, ist die Offenlegung der NSU-Akten. Die schwarz-grüne Regierung in Hessen hat verhindert, dass die NSU-Akten offengelegt werden, was jetzt wieder einen dick Minuspunkt für viele, für die Grünen gebracht hat. Ähm, und der Grund war wohl, dass irgendwelche sensiblen Daten in den Akten drinstehen, von irgendwelchen V-Leuten und so weiter, wo man deswegen erst in 100 Jahren oder so diese Akten öffnen möchte. Und das ist so bescheuert, weil gerade jetzt leben doch die Opfer der NSU-Terroristen. Und jetzt wollen die halt wissen, so was dahinter steckt und warum die sterben mussten und so weiter, wer schuld ist. Aber dass die jetzt erst in 100 Jahren irgendwie aufgedeckt werden sollen, finde ich ganz schwierig. Und dass die Grünen da mitmachen in Hessen, finde ich auch richtig, richtig beschissen. Okay, nächstes Thema. Um noch da ganz kurz zu bleiben, aber auch noch ganz kurz. Boris Palmer ist ja auch so eine grüne Koryphäe der Grünen in Baden-Württemberg, der Oberbürgermeister in Tübingen. Und gegen den wird gerade ein Parteiausschlussverfahren angestrebt, weil er sich eben auch sehr oft schon sehr, naja, schwierig geäußert hat zum Thema Gendern und zum Thema Rassismus und so weiter. Hat auch das N-Wort, neulich erst haben wir auch hier im Podcast besprochen, das N-Wort kommentiert hat bei Facebook. Und hat sich über gewisse Multikulti-Kampagnen aufgeregt. Und auch das kann den Grünen jetzt immens schaden im aktuellen Bundestagswahlkampf. So ein Schmann, sag ich mal. Ja. Diese ganzen Umfragen vorher sind alle Quatsch. Entschieden wird an der Wahlurne. Los geht's. Ne, ja, es gibt schon eine gewisse Tendenz auf. Ja, also ganz ehrlich, ich hab nicht das Gefühl, dass irgendein Boris Palmer da jetzt wirklich irgendwie die Werte runterreißt. Das ist dem Wähler letztendlich scheißegal. Das ist halt dann eine laute Minderheit auf Twitter, die dann sagt, guck mal, was der Boris wieder gemacht hat. Aber im Grunde juckt das keinen. Die wählen halt Grüne, wenn sie Bock auf Grüne haben. Ne, man darf's nicht unterschätzen. Es gibt, also ich hab mich ja viel auch so mit Wählerverhalten beschäftigt. Und es gibt echt einige, die halt keine feste Partei haben, die wirklich ziemlich wechselhaft wählen. Und wenn die halt, da gibt's dann wahrscheinlich die Formation bei den Grünen, die halt sagen, sie wählen die Grünen nicht mehr, wenn sie es nicht mal geschissen kriegen, diesen Boris Palmer rauszuschmeißen, der ja eigentlich mehr Paul als Grün ist. Das gibt's garantiert, aber aufs fucking Land gerechnet ist das ein verschwindend geringer Teil. Der wegen einem so ein Boris sagt, jetzt will ich die Grünen nicht mehr. Da bin ich fest überzeugt von. Ne, das kann, das ist ja eins von vielen, das ist ja eins von vielen, gell, wie sie jetzt schwarz-grüner Regierungen in Hessen, äh, mit den NSU-Akten, das ist auch so ein Paukenschlag. Und dann, dann macht Kleinvieh eben doch Mist und die ganzen kleinen, ähm, Scheißhaufen, die die Grünen hinterlassen, die werden dann zu einer ganz großen Masse. Kuhfladen, möchte man meinen. Ein Kuhfladen. Und dann entscheiden sich vielleicht doch recht viele potenzielle Grünwähler für eine andere Partei, die da irgendwie gefestigter ist. Die leasen die NSU-Akten nicht, na dann wähle ich jetzt AfD. Sobte jetzt davon. AfD vielleicht nicht, aber ich meine, es geht jetzt gerade so um die Grünen tatsächlich. Ja, wir reden noch genug über Politik und Scheiß hier. Ja, ich denke auch. Ich bin auch einfach, ich bin nicht so emotional investet in Deutschland, muss ich sagen. Das ist einfach, es ist irgendwie weniger spannend. Du bist eher so zwischen Japan und den USA. Ist so, genau, wie die Atombomben. Ja. Ja, äh, apropos Bomben, hatte ich das schon gesagt letzte Woche? Ne, ich glaube nicht. Atombomben? Nee, 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 nicht Atombomben, aber eine Rakete. Eine Out-of-Control-Rakete ist im Indischen Ozean gelandet. Eine chinesische Rakete. Huch, was passiert? Das wollte ich nur kurz erwähnen, bevor ich das vergesse. Ähm, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm. Fuck off, Alter. Ja, Biden hat jetzt Approval Rating von 63 Prozent, aber das meinte ich eigentlich auch nicht. Äh, fuck off, sagen sich auch gerade viele Impfgegner in den USA, denn Ohio verlost eine Million an Geimpfte. Ja. Es gibt ein, ja, dieses Corona-Hilfspaket, um so ein bisschen, äh, Mensch, äh, die Impfung und den Coronavirus so ein bisschen, nicht voranzubringen, aber den Coronavirus einzudämmen. Und aus diesem Paket hat jetzt der, ich glaube, der Gouverneur von Ohio beschlossen, dass unter allen Geimpften eine Million Dollar wöchentlich verlost werden. Und es gibt sehr viele, die das, die das furchtbar finden und das für eine Geldverschwendung halten. Aber er hat geäußert, eine Verschwendung ist es viel mehr, dass so viele Menschen sterben aufgrund von Covid, man das verhindern kann mit einer einfachen Impfung. Und er deswegen diesen ungewöhnlichen, fast wahnsinnigen Plan auf, äh, aufgerufen hat. Und ich finde das furchtbar witzig, diese Idee. Es ist witzig, auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, statt der einen Millionen an einen Zufälligen, warum nicht einfach fucking tausend an jeden, der sich impfen lässt oder sowas? Wäre vielleicht irgendwie ein bisschen geiler, weil gleiches Geld letztendlich. Hab ich jetzt nicht ausgerechnet, ne, aber ihr versteht, was ich meine. Auf der anderen Seite, ja, wie geil ist das denn? Nicht Gamification, sondern Game Showification. Alter, schwieriges Wort. Game Showification. Tat, 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 wer sich impfen lässt, kommt in die Tombola und dann schauen wir mal, lalalala, wen trifft es heute? Das ist schon echt absurd. Das ist, das ist Amerika, Alter. Ich glaube, so viele Menschen kannst du gar nicht irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wie viele in Ohio leben, aber es kann sein, wenn du diese eine Million aufteilen würdest. Wobei, es sind ja eine Million wöchentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld die zur Verfügung haben in diesem Hilfspaket. Alles. Ah. Lass einfach neu drucken. Ja, ich hatte hier noch einen Gag, also, äh, Herodes hatte irgendwie einen Gag, ja, hier, weil Israel so gut ist, ich, ich butschere den jetzt richtig hart, den Gag, weil Israel so gut ist oder sowas, im Impfen könnt ihr jetzt zurück zur Normalität gehen. So im Sinne von... Ah, da gab's Krieg. Genau. Hab ich jetzt total verkackt, den Gag, von daher ist auch egal. Aber was ich sagen wollte, ähm, es gibt, also in der italienischen Höhle sind Hinweise auf neun Neandertaler gefunden worden. Genauso wie in Israel und Palästina. Da gibt's auch viele Hinweise auf Neandertaler. Ja, ja, fühle ich, fühle ich. Mhm. So. Oh Gott, Alter. Ah. Kommt noch einer? Nee. Reicht. Sollte reichen. Kriegen wir jetzt endlich auch mal einen Shitstorm? Hab ich grad Israel als Neandertaler bezeichnet? Alle. Natürlich, alle. Ich, wenn ich davon rede, ich mein immer alle. Ausnahmslos alle. Natürlich. Die sind da alle so. Von Geburt an. Das steckt in den Genen. Genau so meine ich das. Ich glaube, dass wir keinen Shitstorm bekommen können, Robin. Wir haben's versucht, oder du hast es versucht mit Fuck BTS. Nicht mal die konnten wir gegen uns aufbringen. Richtig. Deswegen glaube ich, wir sind einfach Shitstorm-resistent. Also jeder, der dieser koreanischen Band folgt, ist einfach ein Neandertaler. Ja. Ich muss es einfach nochmal unterstreichen. Ich seh grad noch ein wichtiges Thema, was ich noch aufbringen wollte, was jetzt gar nicht so diskutiert werden muss, aber was ich furchtbar witzig fand und was auch zu unserem Podcast-Namen passt, brenn.internet. Danke, dass du dir nochmal sagst. Ja, gerne. Vielleicht haben die Zuschauer, Zuhörer bis jetzt vergessen, was sie da eigentlich hören. Geht mir auch ständig so. Und zwar gab's einen richtig tollen viralen Hit. Der YouTuber Marvin hat ein Video gemacht, in dem er, welchen er Influencer getestet hat und hat quasi eine eigene Creme, naja, in Anführungsstrichen erfunden, die eigentlich nur Kleidgel ist und nur aus Wasser und irgendwelchen Ministoffen besteht, hat aber noch dann in die Zutatenliste Sachen reingeschrieben, die gar nicht drin sind, wie zum Beispiel gefiltertes Uran und Pipikaka, irgendwas, was man sich nicht auf die Haut machen sollte, gerade Uran nicht, daraus gewinnt man ja Atombomben zum Beispiel, und wollte mal gucken, hat mit einem riesigen Aufwand diese Marke erfunden, Accounts hochgezogen, Klicks gekauft und eine Homepage für die Agentur erfunden und hat Influencer weltweit angeschrieben, dieses Produkt zu bewerben. Und es gab jetzt das erste Video dazu von wohl mehreren, die kommen sollen. Und die gute Nachricht ist, es gab einige, die das abgelehnt haben, die das nicht seriös fanden und die das wohl gemerkt haben. Aber eine hat ja im Video gezeigt, die tatsächlich dieses Produkt beworben hat, sich ins Gesicht schmiert und behauptet, dass ihre Haut jetzt viel besser wäre, Anti-Aging-Effekt und so weiter. Hat auch ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, was völlig anders aussah, aber was manipuliert sein muss, weil die Creme einfach nichts anrichtet, es ist echt nur Kleidgel, den man eigentlich für den Penis und für die Vagina benutzt. Ah, okay, danke. Oder auch den Anus, genau. Bildungsauftrag. Sehr gerne, ich als Sexualpädagoge. Und da ist sie jetzt aufgeflogen, damit sie tatsächlich ihren Followern jeden Scheiß auftröselt und auch in dem Video dann erzählt, dass diese Creme ja aus Uran mitgewonnen wird, also richtig lächerlich. Und es keiner gemerkt hat und da gab es wohl auf ihrer Instagram-Seite einige, die geschrieben haben, dass sie sich enttäuscht fühlen von ihr, dass sie jeden Scheiß verkaufen und andere haben sie aber auch auf ihre Seite gestellt. Aber richtig witzig, die Aktion. Das wichtigste Detail hast du vergessen, Tino, denn es ist die Freundin von Simon Deschew. Echt? Das wusste ich auch nicht. Das ist die Gute. Und ich meine, wer mit Simon Deschew jahrelang zusammen ist, dem ist wahrscheinlich Gleitgeel kein fremder Begriff. Denn bei diesen Menschen, da regt sich gar nichts. Das ist einfach nur, da wird jede Frau zu Sand. Ich finde diesen Menschen so unangenehm, Alter. Ja. Ja, aber das ist die. Ich finde tatsächlich, die hat eigentlich ein ganz niedliches Gesicht, wenn man diese Schichten von Make-up mal runterkratzen würde. Aber alles auf ihrem Instagram-Profil stößt mich so ab, Alter. Das ist so, dass diese Instagram-Influencer-Profile auch alle gleich aussehen, Alter. Ja. Das ist alles immer das Gleiche. Naja, aber witzige Aktion auf jeden Fall, gutes Video, obwohl am Ende war es dann irgendwie so, ja, macht jetzt hier, geht auf Join oder was auch immer und seht Teil 2. Also ich glaube, dass da auch irgendwie so eine kleine Redaktion dahinter stand, dass der Typ das nicht alleine gemacht hat. Das macht ja nichts. Ich finde, es ist ja bei ganz vielen Sachen so. Ich glaube, auch bei anderen Sachen, die wir feiern, steckt immer ein großes Team dahinter. Auch bei uns. Das wissen ja die wenigsten. Auch du und ich haben hier eine riesen Redaktion hinter dem Brennpunkt sitzt, die uns die ganzen Gags schreiben. Es ist voll okay. Aber nur die schlechten. Die guten schreibe ich selber. Ja, keine Frage. Also wenn euch ein Gag nicht gefällt, dann ich gebe es an die Redaktion weiter. Ja. Nee, ich wollte eigentlich das mehr kritisieren, dass ich das halt dumm finde, dass es heißt, jo, es gibt jetzt schon einen zweiten Teil, den könnt ihr da gucken, aber hier nicht. Das finde ich immer so ein bisschen wack, aber okay. Sein gutes Recht soll er machen. Ich habe noch zwei kleine witzige Sachen, die vielleicht diese Sache hier auf noch einer positiven Note beenden können, wenn du gar nichts mehr hast. Nö, ich bin durch mit meinen Themen. Okay. Also das Schloss Dracula in Transsilvanien, das offeriert jetzt den Besuchern kostenlose Covid-Vakzine. Das ist sehr schön. Das heißt, du gehst zum Dracula und lässt dich impfen, bevor er dich auslutscht. Das ist eine Falle, oder? Wollte ich gerade sagen, ist auch eine Falle. Naja, der Dracula, der hat ja, wie gesagt, wie bekannt, Angst vor Aids und jetzt auch Angst vor Corona. Das ist eine volle gute Frage. Voll die gute Frage, wenn so ein Vampir jetzt irgendwie in so einer Pandemie Menschen beißen will oder eine Vampirin zum Beispiel, die noch unter 60 ist, darf die Menschen beißen, die AstraZeneca geimpft sind? Hm, schwierig. Ja. Ähnlich schwierig war das Unterfangen für einen Kollegen, Tawanda Kanhema in Zimbabwe. Denn Zimbabwe ist genau auf einer Stufe mit Weimar, respektive, ich glaube, Thüringen oder so, was Google Street View angeht. Ist das Thüringen? Ich glaube, Thüringen hat es damals nicht erlaubt, richtig? Oder war es Weimar nur? Das weiß ich gar nicht. Kann man durch Weimar nicht digital fahren, was mir schon mal im Stream richtig auf den Sack ging, weil da hätte ich gerne den Zuschauern ein paar Hotspots gezeigt, wo Asoziale wohnen oder Kani, was ist ja vielleicht eine Schnittmenge. Egal. Der hat nämlich alleine zu Fuß so ein Street View Gear rumgetragen. 2.000 Meilen in Zimbabwe hat 5.000 Dollar von seinem eigenen Geld da reingesteckt, um das Land zu Street Viewen. Aber er kriegt dafür kein Geld von Google, er macht das alles selber und freiwillig. Das ist fucking, fucking Hero of Digital Age. Sorry, Leute, ich bin gerade erst aufgestanden. Idiot oder Held, ich weiß es nicht genau. Also ich würde mich dafür auf jeden Fall bezahlen lassen von Google. Das ist ein guter Mann. Das sparen die wieder Geld. Vielleicht sollte ich das in Weimar mal machen. Ja, mach doch. Da gibt es halt so ein Video, wie der mit diesem fucking Rick da auf dem Rücken durch die Wüste läuft, Mann. Es gab mal eine coole Aktion von Sonneborn, der hat nachdem Google Street View angekündigt worden ist, Google Home View erfinden wollen und ist echt zu Menschen nach Hause. Da hat sie gefragt, ob er bei ihnen in der Wohnung einfach so Kameras aufstellen darf, damit Menschen über Google auch in die Häuser gucken können. Geil. Und es haben ihn echt Menschen reingelassen. Das ist ein richtig cooler Beitrag bei YouTube. Google Home View. Ja, also ich hoffe, dass GTA 8 oder so, wenn das dann irgendwann mal rauskommt in 100 Jahren, dass das dann einfach Google Street nutzt sozusagen und das überträgt, sodass du einfach auf der Welt rum GTA'n kannst, weißt du wie? Das wäre schon sehr geil. Ich kann mir vorstellen, dass es erstens mal ein Riesenaufwand ist und zweitens, dass die das gar nicht dürfen. Ich denke, die müssten ja immer diese Städte fragen, ob die das überhaupt erlauben. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade GTA, was ja so ein brutales Spiel ist, dass sie jetzt von einer Stadt wie Weimar oder Zimbabwe da nicht die Erlaubnis bekommen. Ach, Quatsch. Weißt du was? Ich trete wieder an zur OB-Wahl in zwei, drei Jahren und werde fordern, dass es endlich ein GTA Weimar geben soll und Weimar Google Street View. Das ist mein Wahlkampfthema. Freut mich. Finde ich gut. Ey, das ist doch aber jetzt mal ganz ehrlich, ganz kurz hier nochmal, bevor wir diese Sache schließen. Das ist doch so ein Prestigeding, in einem fucking GTA drin zu sein mit deiner Stadt. Das ist Prestige pur, ja? Ja, für uns vielleicht, aber da ja in den ganzen Parlamenten und die ganzen Bürgermeister alles alte weiße Männer sind, die noch nie irgendeine Brustige in der Hand haben. Was mögen diese bösen, vilifizierten, alten weißen Männer? Das Geld. Schönes, stinkendes Geld, genau. Und was ist GTA? Das fucking erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Was wird GTA 8 mit Google, Google ganze Welt GTA? Das noch viel erfolgreichere GTA aller Zeiten. Nee, es wird vorher ein GTA Mars geben, sag ich dir. Nee, ich hoffe, das nächste ist erstmal wieder schön Weiß City, alter. Schönen 80s-Flair. Wird ja eh gerade im Alleingang von The Weeknd wieder aus dem Boden gestapft. Also, das wird es schon geben. Ja, die 80er feiern die Comeback, ne? Hast du es mitbekommen, dass sämtliche Musiker, also, wer war denn das alles? La Fee macht 80er Album, Bassboards macht 80er Album. Ich muss wieder mit La Fee an, weißt du? Ja, weil La Fee toll ist. Halt dein Maul. Okay. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, das ist früher oder später möglich und das muss gemacht werden. Also, das ist geil. Und alle Städte, die dann keinen Bock drauf haben, da ist dann halt einfach so eine schwarze, schwarze Nebelschwade. Und dann wissen die Leute halt, dass du uncool bist, wenn du nicht in GTA bist. Okay, dann ist das eine schöne Zukunftsvision, die ich stütze. Gut. Schön. Was geben wir denn dieser Woche? Ich muss sagen, dass das ABBA-Comeback ist für mich das größte die Woche. Das spricht nicht für die Woche. Für mich schon. Ja, also, wie gesagt, ABBA hat schon einige Hits, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, aber es ist ja einiges passiert, so mit dieser Sophie-Scholl-Kampagne, mit dem Gaza-Streifen, was da los ist. Da ist einiges passiert. Also, das würde ich auf jeden Fall mit in die Wertung krass reinnehmen, aber dieses Sophie-Schulz-Ding ist, glaube ich, auch nicht diese Woche passiert. Aber ich habe es die Woche mitbekommen, jedenfalls. Ja, na dann. Das ist viel wichtiger. So, ich gucke kurz noch, was in der erste Post war. Der war nämlich am 30. April, das ist schon zwei Wochen her. Ja, gut. Alter, und ist das schlecht? Oh, es ist übelst schlecht gecroppt, weil diese hässlichen quadratischen Bilder auf Instagram. Dumm. Egal. Wirf mal eine Zahl rein, ich finde es gerade ganz schwierig. Ja, also, man müsste eigentlich schon mindestens auf eine 7 gehen, weil Raketenhagel ist schon eine Ansage. Auch wenn das da eigentlich Alltag ist, mehr oder weniger. Aber in dem Maße ist es dann doch nicht Alltag. Von daher, ja. Also, wenn der gleiche Konflikt jetzt losbrechen würde zwischen Deutschland und Niederlanden, ja. Und wir gegenseitig Raketen schießen und sich abfangen. Also, da würden wir ja auch sagen, holy shit, was ist denn das, eine 11 von 10 oder was? Ja, weil es näher dran ist. Ja, na nicht nur näher dran. Wie gesagt, das ist da halt Usos. Das Ding läuft halt schon einige Zeit. Ja, aber es ist eine extreme Variante davon. Deswegen würde ich, wenn die schon gerade echt eine harte Zeit haben, ja, in diesem Gebiet, dann gönne ich denen doch das, dass sie eine 7 bekommen dafür. Okay. Dass es wenigstens sich nicht ganz umsonst anfühlt. Okay. Das ist, okay. Kommt, 7,1 wegen ABBA. Ich hatte es auch gerade auf dem Mund. Dankeschön. Nice. Das war Brennpunkt, Folge 116. Geil. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Großes Finale machen. Großes Staffelfinale mit Special. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Special haben wollt. Habt ihr einen Gastwunsch? Habt ihr eine lustige Aktion? Sollen wir wieder an die Öffentlichkeit gehen? Livestreamen bei Twitch? Oder weiß ich nicht. Macht Vorschläge. Ja. Ansonsten haben wir schon die ein oder andere Idee. Ich hab auch eine geile Idee. 120. Folge. Einfach Brennpunkt Special. Wir sind beide nicht da und lassen einfach eine Stunde lang laufen. Ja. Wie im Altenheim. Geil. Gut. Dann die Musik sprengt gerade meinen Gehörgang. Au, au, au. Autschi, Autschi, Bumm. Leute, es tut mir leid. Jetzt kriege ich auch noch eine Anzeige wegen Hörschädigungen der Zuhörerschaft. Ja. Das tut mir leid. Au, au, au. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für den Zuhörer. Bekauft Hörerwunsch, wenn ihr Brauch habt. Das ist toll. Tschüss. Tschüss.